Die 5 besten Damenparfums für den Winter Ich liebe den Job Le Bain Eau de Parfum Vorhör. Er ist ein blumig-fruchtiger Damenduft, der modernen Frauen gerecht wird. Der Duft ist sehr angenehm und frisch, aber nicht so aufdringlich. Er ist sehr langlebig und hält den ganzen Tag. Ich liebe es, wie er sich auf meiner Haut anfühlt und wie er meine Sinne anregt. Ich kann es jedem empfehlen, der einen schönen und eleganten Duft sucht. Es ist auch ein großartiges Geschenk für jemanden, den du liebst. Ich liebe den Calvin Klein CK IN 2 Eau de Parfum Vorhör. Es ist ein wundervoller, floralfruchtiger Damenduft, der mich immer wieder begeistert. Er ist sehr frisch und leicht, aber dennoch intensiv. Der Duft hält den ganzen Tag und ich liebe es, wie er sich auf meiner Haut entfaltet. Es ist ein sehr angenehmer Duft, der mich jeden Tag aufs Neue begeistert. Ich kann ihn jedem empfehlen, der einen frischen und leichten, aber dennoch intensiven Damenduft sucht. Ich liebe Spirit Cashmere Mask. Es ist ein wundervoller, weicher und sinnlicher Duft. Er ist sehr angenehm und passt zu jeder Gelegenheit. Der Duft ist nicht zu schwer und nicht zu leicht. Er hält den ganzen Tag an und ist sehr erfrischend. Ich liebe es, wie es sich auf meiner Haut anfühlt und wie es meine Sinne belebt. Ich würde es jedem empfehlen, der nach einem angenehmen und sinnlichen Duft sucht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt und werde es weiterhin verwenden. Ich habe das Helene Fischer That's Me Femme Eau de Parfum zum ersten Mal ausprobiert und bin begeistert. Es ist ein sehr sinnlicher und femininer Duft, der mich an einen Sommertag erinnert. Der Duft ist sehr angenehm und hält den ganzen Tag über an. Er ist auch nicht zu aufdringlich und passt gut zu jeder Gelegenheit. Ich liebe es, es zu tragen. Der Preis ist auch sehr erschwinglich und es lohnt sich, das Produkt zu kaufen. Ich würde es jedem empfehlen, der nach einem angenehmen und femininen Duft sucht. Ich liebe das Adidas Born Original Eau de Parfum. Es ist ein fruchtig-blumiges Damenparfüm mit einem explosiven Mix aus kontrastierenden Düften. Es hat eine leichte, aber anhaltende Note, die den ganzen Tag über anhält. Es ist wirklich einzigartig und ich liebe es. Es ist ein wunderbares Geschenk für jeden Anlass und ich bin mir sicher, dass jeder es lieben wird. Ich kann es jedem empfehlen und ich bin mir sicher, dass es ein großer Erfolg sein wird. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.